Was können zwei junge Männer machen, um die heutige Menschheit zu unterhalten? So viel Zeit, die man hat, jedoch oft sinnungslos verstreichen lässt. Eine Art von Unterhaltung zu schaffen, die jedermann zum Lachen bringt. Eine Art von Unterhaltung, die die Menschen begeistert. Egal ob groß oder klein. Ich glaube, ich habe sogar eine Idee. Ich rede mal mit dem anderen Typen. Ich glaube, das ist gut. Ich denke, ich habe da eine Idee. Jedoch kann ich die nicht alleine ausführen. Ich brauche mal meinen guten Freund. Alter, ich habe voll die geile Idee. Denkst du das gleiche wie ich? Ja, ich denke schon. Meinst du, wir sollten? Wir sollten auf jeden Fall. Wir machen es. Wir machen das. Wir... Ah, lass uns. Komm, gib mir eine Flosse drauf. Fette Pfeif. Ja.